Jeden Tag Wasser mit Natron – wie kann ich davon profitieren? Natron ist weltweit in vielen Haushalten sehr beliebt, da es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bietet, es kann sowohl in der Küche als auch zur Reinigung des Haushalts und für die Gesundheit sehr hilfreich sein. Auch wenn viele konventionelle Produkte bevorzugen, gibt es ebenso viele, die die außerordentlichen Vorzüge dieses weißen Pulvers nutzen. Bei einem mäßigen Konsum in kleinen Dosen konnte gezeigt werden, dass damit die allgemeine Funktionstüchtigkeit des Organismus verbessert werden kann, damit Natron der natürliche pH-Wert im Blut reguliert und die Säurwerte reduziert werden. Natron in Wasser aufgelöst zählt zu den ältesten Heilmitteln. Es wird auf der ganzen Welt konsumiert und ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Körper vor verschiedenen Krankheiten zu schützen. Natürliches Antacidum. Natron ist zur Neutralisierung der Magensäure in vielen Haushalten sehr beliebt. Damit können Sodbrennen und Reflux bekämpft werden. Aufgelöst in einem Glas Wasser hilft Natron gegen Schwellungen und Gasbildung, was die Verdauung augenblicklich erleichtert. . Wirkt basebildend. Die meisten Ernährungsformen führen zu einem unausgeglichenen Säurebasenhaushalt. Wenn der Körper übersäuert ist, ist er auch für verschiedene Krankheiten anfälliger. Natron hilft, die Säure zu reduzieren, es reguliert den pH-Wert auf natürliche Weise und fördert deshalb die Gesundheit. Zu viel Säure wird mit einem erhöhten Risiko für Osteoporose, Arthritis und auch mit Krebs in Zusammenhang gebracht. Deshalb könnte dieses preiswerte Mittel ausgezeichnet in der Vorsorge gegen diese Krankheiten sein. Der tägliche Konsum sollte jedoch die empfohlene Dosis nicht überschreiten, denn ein Überschuss könnte kontraproduktiv sein und zu Alkalose führen. . Wirkt antiseptisch. Natron wirkt leicht antiseptisch und hilft deshalb, krankheitsverursachende Viren und Bakterien zu eliminieren. Deshalb kann das weiße Pulver auch bei Halsschmerzen und Schwellungen zum Gurgeln verwendet werden. . Hilft bei Harnwegsinfektionen. Eine Mischung aus Natron und Wasser kann als Schutz gegen Harnwegsinfektionen helfen, da diese die Säure im Urin reduziert. Zusätzlich zu viel Wasser und Heidelbeer-Saft kann in diesem Fall also auch Natronwasser getrunken werden, um Harnwegsinfektionen zu behandeln. Wirkt gegen Gichte und Gelenkschmerzen. . Ein erhöhter Harnsäurespiegel im Harn und im Blut kann zu Schmerzen und chronischen Krankheiten wie Gicht oder Arthritis führen. . Natron reguliert den pH-Wert im Blut und reduziert auch die Harnneure, deshalb ist es ein ausgezeichnetes Mittel zur Vorsorge und Behandlung dieser Krankheiten. . Verbessert die physische Leistungsfähigkeit. . Die Milchsäure, die bei physischen Aktivitäten frei wird, kann sich in Muskeln und Gelenken ansammeln und zu Muskelkater oder Muskelermüdung führen. . Um zu verhindern, dass dadurch deine sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird, kannst du ebenfalls Natron mit Wasser einnehmen, denn so werden die Säurewerte reguliert. . Reguliert den Cholesterinspiegel. . Mineralwasser mit Natron könnte ebenfalls eine positive Wirkung auf erhöhte Cholesterinwerte haben, insbesondere auf das LDL-Cholesterin, das auch als schlechtes Cholesterin bekannt ist. . Da es jedoch viel Natrium enthält, ist es im Falle von Bluthochdruck nicht zu empfehlen, denn dadurch könnte sich die Situation verschlimmern. . Wie wird das Natronwasser eingenommen? . Wie bereits erwähnt, sollten die empfohlenen Mengen nicht überschritten werden, um negative Effekte zu vermeiden. Wenn du Natron in deine Ernährung ohne Risiko einbauen willst, solltest du dich an folgende Empfehlungen halten. . Allgemeine Dosis. 1-2 Teelöffel Natron . 1 Glas Wasser . Beides vermischen und nach den Hauptmahlzeiten trinken. . Zur Erleichterung von Grippe und Erkältungssymptomen. Dieses Hausmittel hilft ausgezeichnet im Kampf gegen Krankheitserreger, die für Erkältungen, Grippe oder Allergien verantwortlich sind. . In diesem Fall wird Natron wie folgt empfohlen. . Tag, 5 x je einen halben Esslöffel in einem Glas Wasser, alle drei Stunden. Tag, 3 x je einen halben Esslöffel, über den Tag verteilt. Tag, 2 x einen halben Esslöffel, jeweils nach dem Essen und nach dem Abendessen. . Die Natronwasserlösung schmeckt zwar nicht sehr gut, doch du kannst davon täglich für deine Gesundheit profitieren. . Bereits in kurzer Zeit wirst du bei regelmäßiger Einnahme die positive Wirkung selbst erfahren. .